Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Es ist dieses Video, es wird ein Meinungsvideo. Und, ähm, ja, warum ich gerade so klinge, ist, ähm, offen gesagt, das hier ist der zweite Take dieses Videos. Es ist das Meinungsvideo von, ähm, von der Annalena Müller. Deine Meinung zu Wohnungen vs. Haus. Und ganz im Ernst, ich hab so eine Riesensache da, ich, gemacht. Nee, wirklich, ich hab, ich, 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 ich sag's mal kurz, was, was ich, beim, beim anderen Video hab ich sogar eine Präsentation gemacht. Aber zu der Zeit hab ich mich ja nur noch, äh, hab ich mir dann eine halbe Stunde lang einfach nur drum und drüber geredet. Anstatt offen und direkt meine Meinung zu sagen. Deshalb sag ich jetzt hier direkt meine Meinung. Also Wohnungen gegen Haus, ne, was ich anscheinend besser finde, ist hier wohl wahrscheinlich gefragt, ne. Ich finde, das Haus ist viel besser. Du hast da einfach deinen, deinen persönlichen Freiraum. Deine, dein, dein, hier, dein, das ist dein Raum halt. Der kann dir niemand stören. Und auch du kannst diesen nicht stören. Weil zum Beispiel in der Wohnung gibt es halt immer das Problem, dass, ähm, dass entweder halt mal dann nach, dann der Nachbar über dir laut ist. Und, äh, in, in meinem Fall, solche durch Schritte. Entweder nämlich stampfen sie so. Warte. Also dann stampfen sie eben so heftig. Oder, ähm, vor allem, toben auch mal rum. Also ein 16 Jahre alter, äh, alter Junge, der rumtobiert wie ein kleines, fünfjähriges Kind. Aber ja. Das Ding ist halt nur. Es ist halt eine schwierige Situation. Aber der Punkt ist jedenfalls, dass ich mit Wohnungen einfach durch bin. Weil, ich sehe darin persönlich einfach keine Vorteile. Wie gesagt, du hast halt überall um dich herum Nachbarn, vor allem dann oben. Was halt wirklich dazu führt, dass du keine Ruhe hast. Aber genau aus Grund dieser Erfahrung eben. Ähm, selbst, ich, also durch so, du auf Zwang versuchst, ruhig zu sein, dass, dass, dass sich die nicht mal beschweren. Okay, und ich meine, ich bin nicht unbedingt laut. Unbedingt. Okay, ja, in meiner Vergangenheit war ich deutlich lauter. Bis die halt irgendwann angefangen haben, um, äh, ziemlich laut zu sein, dann hab ich, dann hab ich, äh, also, dann, seitdem versuche ich so auf Zwang, um ein besseres Vorbild als sie zu sein, um, äh, richtig leise zu sein. Ich höre nicht einmal mehr Musik. Laut. Nur mal so. Nur mal so. Aber naja, das soll jetzt hier in diesem Video nicht so über meine, über die Nachbarn gehen. Und ich werde auch niemals darüber ein Meinungsvideo machen. Nur mal so. Also, wenn mal jemand in die Kommentare schreibt, sag mal deine Meinung zu, zu den Nachbarn. Sag ich, nein. Werde ich nicht machen. Werde ich nicht machen. Deshalb zurück, also zurück zum Thema, das, äh, jetzt hab ich mich grad wieder fast drum, 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 drum geredet. Das Ding ist vor allem, dass ich, solche, auch im Sommer möchte ich, solche, gerne einfach, solche, auf dem Liegestuhl sitzen, äh, mich da schön sonnen, weil ich das eigentlich müsste, ich bin viel zu, äh, bleich. Da gab's mal Zeiten, äh, vor allem in den letzten Jahren. Da bin ich aus, hier, hier aus, äh, da haben die Leute zu mir gesagt, bist du ein Vampir? Weil du bist so, du bist so bleich. Ich war, ja klar, warum? Weil zum Beispiel im, im Sommer, wenn es die ganze Zeit die Sonne scheint, da geh ich nicht unbedingt draus, weil es halt, weil die Luft hier so, einfach stickig ist draußen. Naja, hier sind kaum Bäume oder Pflanzen und so. Und, ja. Und, und ich beneide dann immer die, auch zum Beispiel, diese ganzen Leute, wenn man das sieht, wenn man so, zum Beispiel auf, auf Insta scrollt oder auf TikTok, was auch immer, und man dann die Leute sieht, die, die hinten vor dem Haus, im Garten, im Pool dann chillen. Da wird man so, da wird man so neidisch. Aller kurze Reiner gemacht. Ähm, ja, und sonst, kann ich eigentlich nichts mehr großartig so sagen. Also auf jeden Fall, ähm, das Haus hat auf jeden Fall gewonnen. Weil, ich weiß nicht, was an einer Wohnung besser eigentlich sein soll, als ein Haus. Das, das Ding ist halt, also wie gesagt, das Haus ist besser. Ja, bei der Wohnung ist es halt so, die Wohnung gibt es halt nur, weil die, äh, weil halt die Leute, die, äh, wenn es halt alle in die Stadt ziehen, brauchen es ja auch Wohnraum, ne? Da brauchen sie ja Wohnraum. Also baut man einfach, äh, äh, aufeinander, und somit ingenierend ist diese ganzen Wohnungsgebäude. Das soll die Leute Platz haben. Vor allem natürlich überwiegend in Europa oder auch Asien ist es natürlich auch. In, in Asien halt, weil es halt wirklich dicht ist. Und wenn man jetzt, so, würde man in, in Asien so, äh, bauen, wie, äh, wie zum Beispiel in der USA, dann, dann, dann gäbe es ja, glaube ich, keine Landschaft. Dann gäbe es in Asien keine Landschaft. Dann wäre das alles, äh, einzig und allein eine riesige Stadt. Also allein wenn solche, so, so Städte wie, äh, ja, wie Tokio zum Beispiel, keine, äh, keine Wohnungen hätten, sondern wirklich nur Häuser. Ich glaube, dann wäre Tokio so groß einfach wie ganz Japan, denke ich. Denke ich. Wenn man, okay, wenn man natürlich bedenkt, dass es ja dann nicht nur Tokio wäre, sondern auch dann Osaka, Kyoto, äh, und die ganzen anderen Großstädten, die es ja tatsächlich in Japan dann gibt, das wäre alles einfach eine Stadt. Yokohama genauso. Also so, ich glaube, dann wäre Japan, wie gesagt, einfach nur noch eine Stadt. Aber Japan ist natürlich nicht, nicht Asien. Auch zum Beispiel, wenn hier, äh, Peking oder Chongqing, Shanghai, Hongkong oder alles drum und dran, die, auch die ganzen Städte in China zum Beispiel, wenn es dort keine, diese ganzen Wohnungen gäbe so. Und ich meine, sie, die sind ja in Asien sehr eng. Jetzt stellt man sich mal vor, die hätten dort, so nach dem amerikanischen Bild, Einfamilienhäuser. Ich glaube, das wäre einfach dann, dann wäre auch China, glaube ich, einfach eine einzige Stadt, weil ich habe gehört, allein Chongqing oder wie das heißt. Bei chinesischer Aussprache mache ich mich nicht so gut. Auf jeden Fall diese Chongqing oder Chongqing oder wie das heißt. Ich habe nicht gehört, dass, dass die Stadt allein so groß ist wie Österreich. Jetzt stellt man sich aber vor, wenn so eine Stadt nur Einfamilienhäuser hätte. Äh, das wäre riesig. Riesig. Ich glaube, das wäre dreifach so groß oder so. Weil in Asien ist es so, dass es dort viele Wohnungen gibt, aber vor allem halt sehr eng. Also da hast du nicht eine Riesenwohnung. Ja. Aber ist es halt so, dass man halt eben Wohnungen erbaut, eben vor allem in Europa und Asien, einfach damit man Platz spart. Ich denke, wäre die Erde viel größer und auch die Länder viel größere Fläche, wenn zum Beispiel allein Deutschland mit der heutigen Weltkarte, also alles sonst mal, nur wenn Deutschland nicht seine jetzige Größe hätte, sondern die Größe von, sagen wir mal, Europa. Zusammengequetscht. In Deutschland halt. Also wenn Deutschland nicht nur dann im, äh, im Vergleich so wäre, im, zum Beispiel im heutigen Vergleich wäre Deutschland so. Wäre es nicht so, sondern so, dann wäre ich mir bestimmt, also, und, und natürlich der Rest der Weltstadt so, so, also alles fünfmal so groß. Oder sogar vielleicht zehnmal. Da bin ich mir sicher, dass es, äh, dass es Wohnungen nicht gäbe. Weil es dann wahrscheinlich genug Platz gäbe, dass jeder ein Haus hätte. Aber eben, weil es nicht so ist und es halt eben nicht genug Platz gibt, allein in Deutschland haben wir mit, äh, Wohn, äh, Wohnraummangel und sonst was zu kämpfen, ist es natürlich logisch, dass es halt Wohnungen gibt. Ja. Ja. Aber ich hab, äh, aber wir, ich denk nicht, dass, äh, dass wenn ich mir ein Haus irgendwann holen sollte, dass dies in Deutschland ist. Nee. Aber das wird ein anderes, das wird wahrscheinlich ein anderes Video, obwohl was halt anderes ist. Ich hab schon oft wahrscheinlich genug Videos darüber gemacht. Aber ich bin ganz ernst. Also, zurzeit sieht das eh eigentlich sehr schlecht aus mit allem. Ähm, ja. So kann halt auch sein, dass ich halt dann doch irgendwann, auch trotz meiner ganzen Pläne und so, doch dann nur wieder in der, in, in der beschissene Wohnung am Ende lande. Tja. Warum? Man kann halt nicht alles bekommen. Man kann halt nicht alles bekommen. Ist halt so. Aber ich selbst, äh, würde wirklich lieber in einem Haus wohnen. Allein, weil ich dann wirklich viel mehr Ruhe hätte und dadurch es mir auch einfach mental wirklich besser gehen würde. Weil, ähm, das sind wieder aber alles solche Punkte, die ich irgendwann später mal erzähle. Die ich wirklich irgendwann, alles später mal erzähle, wenn es vorbei ist. Und es, auf jeden Fall, ich hoffe, dass ich das Video gut gemacht habe und meine Meinung direkt gesagt habe. Also, ich finde Haus besser als Wohnung, ne? Haus gewinnt. Haus gewinnt. Haus, du hast viel mehr Platz für dich selber. Du hast mit deiner eigenen Ruhe. und in der Wohnung hast du das nicht. Du hast dort wenig Platz. Du hast keine Ruhe. Und, ja. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich hoffe, es war nicht irgendwie zu verwirrend, weil ich mal immer wieder vom Thema komme, dann dies sage, dann das sage. Trotzdem hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Und, dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Und folgt darauf, also, ihr könnt euch ja auch auf meinen neuesten Kanälen, ihr könnt mich auch auf meinen neuesten Kanälen abonnieren. Denn zwar in sagt Gaming und Dynamo. Würde mich auf jeden Fall freuen. Das sind beides Gaming-Kanäle. Und ja. Ich würde sagen, tschüss.